Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder ein neues Bildbearbeitungstutorial. Und zwar bin ich im Juni 2017 auf Fehmarn gewesen und konnte dort diesen wunderschönen Sonnenuntergang fotografieren. Und ich möchte dir jetzt zeigen, was man aus diesem Bild noch herausholen kann. Viel Spaß mit dem Video. Ich werde zuerst die Glanzlichter herabsetzen, so etwa auf einen Wert um die 75, 76 herum. Werde dann im Gegenzug die Schatten etwas auffällen. Dann wird der Vordergrund ein bisschen besser sichtbar. Er bleibt zwar unscharf, aber das war auch in diesem Bild Sinn und Zweck des Ganzen. Dann können wir die Weißtöne ein wenig anheben. Oder wir können zumindest mal gucken, ob das Sinn ergibt. In dem Fall würde ich eher sagen, nein. Dann werden wir sie etwas herabsetzen. Dadurch bekommt der Himmel gleich mal, wenn ich den ganz runterfahre, ein bisschen mehr Struktur. Ihr seht, die Wolken, die sich hier so befinden, werden dadurch besser sichtbar. Natürlich werden wir den Wert nicht ganz so weit runterdrehen. Aber ich sage mal so, minus 30 ist ein guter Wert. Dann werden wir mal gucken, was passiert, wenn ich die Schwarztöne auch herabsetze. Das ist vielleicht ein bisschen zu viel, weil dann verlieren wir wieder den Vordergrund. Ich würde sagen, den lassen wir einfach mal bei etwa minus 15. Jetzt sind wir bei minus 13. Lassen wir den einfach mal so stehen. Spielen wir an der Klarheit. Mal schauen, was passiert. Ich persönlich würde sagen, in dem Bild lassen wir das einfach mal weg. Weil das einfach, ja, ich finde es bringt jetzt ein wenig Unruhe ins Bild. Deshalb werden wir jetzt hier die Klarheit wieder auf 0 zurücksetzen. So, dann gehen wir mal weiter und gucken mal, was wir mit der Sättigung machen können. Wenn ich das anhebe, seht ihr, das Ganze bekommt hier ja einen Blauton, den ich eigentlich so gar nicht im Bild haben möchte. Sättigung lassen wir weg. Und die Dynamik ebenfalls. An den Farben werden wir später dann nochmal separat arbeiten. Struktur hat einen ähnlichen Effekt wie die Klarheit. Ich finde, macht das Bild viel zu unruhig. Und in die andere Richtung, ja, so ein bisschen verwaschen hat zwar was, aber ich würde hier auch sagen, Finger weg davon. Mikrostrukturen, ich denke, hat denselben Effekt wie oben die Strukturen oder die Klarheit. Würde ich jetzt auch nicht ins Bild mit einbauen wollen. Und beim erweiterten Kontrast, da können wir die Glanzlichter etwas anheben. Die Mitteltöne, ihr seht, da wird das Wasser wieder, die Wellen, die eigentlich ja diese weiße Gicht haben, wird wieder blau. Da machen wir nichts dran. Und die Schatten können wir in dem Fall auch etwas anheben. Ebenfalls etwa auf einen Wert von 30. Die Details, die kleinen Details, ihr seht, bringt auch wieder in meinen Augen nur Unruhe ins Bild, brauchen wir nicht. Dasselbe passiert mit den mittleren, brauchen wir auch nicht. Und auch die großen bringen Unruhe. Den separaten Klarheitsfilter brauchen wir hier auch nicht. Das haben wir eben gesehen, dass wir uns damit nur Unruhe ins Bild holen. Ich kann euch das hier auch nochmal zeigen. Ich finde, man könnte es vielleicht mit einem Verlaufsfilter hier im unteren Teil ganz leicht mit einbauen. Können wir aber daher nochmal gucken, ob wir das wirklich machen wollen. Polarisationsfilter, was macht der? Der macht blau noch blauer. Ja, ist einfach so. So, gucken wir mal, was passiert. Auch da würde ich eher sagen, diesen Filter können wir eventuell später mit einem Verlauf von hier oben reinziehen. Werden wir sehen, wenn wir mit den Farben selber arbeiten, ob uns das Blau gefällt oder ob wir an dem Blau noch ein bisschen was arbeiten wollen. So, Schärfe. Die Schärfe werden wir anheben, aber nicht so hoch. So einen Wert um die 40 finde ich hier eigentlich ganz schick. Ich mache das gerade nochmal weg. Mal gucken. Nein, das passt eigentlich. Maskieren, Radius. Radius werden wir etwas herabsetzen. Und maskieren, während wir hochsetzen auf etwa einen Wert von um die 80. Bildrauschen. Ich habe mit einer ISO von 125 fotografiert. Ich denke, brauchen wir nicht wirklich. Dann kommen wir dahin, wo ich hin wollte, um die Farben jetzt separat anzupassen. Als erstes, wenn wir mal gucken, was passiert, wenn ich Blau anhebe. Okay, ihr seht, der Himmel wird fast überhaupt nicht angefasst. Aber die Gicht vom Meer bekommt auch wieder diesen Blauton, den ich gar nicht haben möchte. Wie sieht es mit dem Aquamarin aus? Da tut sich gar nichts. Und jetzt kommt eigentlich der Teil, der den Himmel... Ja, genau. Ihr seht, wenn ich Orange anhebe, wenn ich Gelb anhebe. Wir sollten nur ein bisschen vorsichtig sein, weil Gelb brennt in dem Bereich hier das Bild aus. Und dann werden wir auch den roten Regler etwas anheben. Hier werden wir sogar ein bisschen mehr anheben. Und dann haben wir hier einen wunderschönen, feuerfarbenen Sonnenuntergang. Schon mal ins Bild gearbeitet. Dann können wir jetzt nochmal hierher gehen und können mal gucken, was passiert, wenn wir an der Luminanz der einzelnen Farben arbeiten. Da würde ich den Orangeton etwas ins Minus ziehen. Und auch beim Gelbton würde ich ins Minus gehen und wenn ich den roten ins Minus ziehe, wird das Ganze noch dunkler. Da müssen wir nur aufpassen, dass wir uns da keine unschönen Halos ins Bild ziehen. Aber wenn wir da überall bei einem Wert von etwa 20 sind, dann ist das schon nicht schlecht. Blau, ihr seht, macht das Bild eigentlich nur dunkel. Bringt uns nicht wirklich was. Aquamarine, dasselbe. Die anderen Farben sind hier eigentlich zu vernachlässigen. Magenta ist da hinten irgendwo bei den Wolken uninteressant, würde ich sagen. Und auch Lila brauchen wir hier eher nicht. So, Dunst entfernen. Dann gucken wir mal, was passiert, wenn ich den Dunst entfernen Regler anhebe. Oh ja, das Ganze bekommt noch mehr Feuerfarben. Aber das finde ich, das wirkt jetzt schon fast unnatürlich. Deshalb würde ich hier sagen, wir können ihn leicht anheben, aber ich würde hier auf einen Wert von, ja, ich würde nicht über 10 gehen. Sonst fängt es an, ja, surreal auszusehen. Das hier hat schon was, das ist aber auch schon kurz davor, dass es vielleicht ein Ticken zu viel ist. Eine Vignette würde ich hier nicht einbauen. Und dann wären wir mit der Grundbearbeitung im Prinzip schon fertig. Jetzt hatte ich ja gesagt, wir wollen mal gucken, ob wir den Himmel noch etwas blauer bekommen. Wie können wir das machen? Wir holen uns eine neue Nachbearbeitungsebene hinzu. Und werden dann hier über den Pinsel eine Verlaufsmaske ins Bild ziehen. Und zwar werden wir die etwa bis hier hingehen lassen. Können dann mal gucken, ob wir die noch ein bisschen kleiner machen. Werden dann mal gucken. Ich werde jetzt mal den Entwickeln-Filter hinzufügen und den Polarisationsfilter. Und dann werden wir mal gucken, welcher von den beiden Filtern die bessere Wahl ist. Wenn ich den Polarisationsfilter hochziehe, seht ihr, ja, da kommt ein bisschen was. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel die Temperatur in Richtung Blau ziehe, die Belichtung etwas herabsetze. Und jetzt als Kombination den Polarisationsfilter anhebe, dann finde ich diese Kombination doch ziemlich cool. Das ist jetzt eigentlich schon ein richtig geiler Sonnenuntergangs-Workflow. Jetzt habe ich mich tatsächlich etwas verhaspelt. Ich wollte eigentlich sagen, das ist ein richtig geiles Sonnenuntergangsbild. Wenn ich das jetzt einfach mal so stehen lasse, dann schaut das Ganze so aus. Aber ich habe ja gesagt, wir wollen mal gucken, ob wir hier unten das nicht vielleicht auch noch einen ganz kleinen Tick heller bekommen. Das heißt, wir holen uns eine neue Nachbearbeitungsebene hinzu, werden noch eine Verlaufsmaske hinzufügen und werden die von hier bis an den Horizont laufen lassen. So, und jetzt werden wir uns wieder den Entwicklungsfilter hinzuholen. Und mehr brauchen wir hier eigentlich nicht, wobei wir können mal schauen, wie heißt der noch gleich, Beleuchtung oben unten, anpassbarer Verlauf, Beleuchtung oben unten. Den werden wir uns nochmal dazu holen. Und dann werden wir mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt nur den unteren Teil anhebe. Ich stehe so auf einen Wert von 60 Sätze, dann wird das Bild deutlich heller. Wir machen das mal zurück und werden das Ganze auch mal hier oben über diesen Belichtungsregler etwas anheben. Ich würde sagen, so eine halbe, etwa eine halbe Blendenstufe. Und jetzt probieren wir mal aus, was passiert, wenn ich die Temperatur etwas ins Bräunliche ziehe. Denn eigentlich durch diese starke Orange-Rot-Färbung müsste ja normalerweise auch hier vorne der Strand nicht zu dunkel oder zu blau wirken. Das heißt, wir müssen ja schon so ein bisschen die Reflektionen von dem goldenen oder von dem roten Himmel mit ins Bild bekommen. Und das bekommen wir eigentlich ganz gut, wenn wir jetzt hier die Temperatur und auch die Färbung vielleicht ein bisschen Richtung Magenta ziehen. Ich will es mal nicht übertreiben, weil das wäre zu viel. Aber wenn wir das so bei 20 und auch hier nochmal ein bisschen nachregeln, dann finde ich, so hat das doch schon hier in dem Bereich ordentlich seine Wirkung. Dann können wir auch hier sagen, Beleuchtung oben und unten ist hier nicht wirklich von Bedeutung. Dann machen wir den einfach mal weg und schließen auch diese Verlaufsmaske. Und als letztes können wir dem Ganzen noch ein kleines i-Tüpfelchen verpassen, indem wir uns eine weitere Nachbarbildungsebene hinzufügen. Dann nach dem Filter, wie heißt er, ich muss gerade mal schauen, wo er ist, goldene Stunde. Der Filter, goldene Stunde ist eigentlich genau dafür gedacht, um so einem Sonnenuntergangsbild nochmal so einen leichten Kick zu verpassen. Ich zeige euch mal, was passiert, wenn ihr das Ding auf maximal zieht. Bäm. Natürlich viel zu viel. Aber wir wollen dem Ganzen ja nur ein i-Tüpfelchen aufsetzen. Wenn wir das Ganze irgendwo hier so bei 20, sagen wir mal 30 lassen und die Sättigung einfach mal ein bisschen herabsetzen. Oder nein, wir machen das anders. Wir gehen mit der Sättigung etwa auf 15 hoch und werden dann den Filter oder die Filterstärke etwas herabsetzen. So. Dann kann ich euch jetzt mal zeigen, wie der Effekt ausgesehen hat, bevor wir den Filter goldene Stunde hinzugefügt haben. So. Und wenn ich diesen Filter jetzt mit hinzunehme, sieht das Ganze so aus. Und da muss ich sagen, das als i-Tüpfelchen obendrauf finde ich richtig stark. Jetzt können wir nochmal eins machen. Wir gehen nochmal zurück zu unserem Ursprungsbild. Und werden eins nochmal machen. Und zwar den Polarisationsfilter doch mal ein bisschen anheben. Und auch die Sättigung von blau. Setzen wir mal etwa auf einen Wert von 20. Ich weiß, jetzt haben wir hier, ähm, die Gischt ist jetzt auch blau. Aber, wenn ich jetzt hier oben wieder auf meine Ebenen hinzugehe, sieht das Ganze so aus. Ich weiß, wir sind hier ein bisschen ausgebrannt. Das waren wir aber schon eigentlich zu Anfang. Ihr seht, das ist das Ursprungsbild. Und ihr seht auch hier in diesem Bereich, das war ausgebrannt. Das war leider nicht anders zu machen. Ich kann jetzt nochmal rüber gehen. Und dann habe ich das lieber in dieser Form ausgebrannt, als wie, dass es dann irgendwie komisch aussieht. So. Ich zeige euch jetzt mal das Bild in groß, denn wir sind mit der Bearbeitung fertig. So ist das Bild, nachdem wir es bearbeitet haben. Ich werde euch jetzt nochmal vorher, das war das Ausgangsmaterial, ziemlich flaues Bild. Jetzt muss ich sagen, nach der Bearbeitung sieht das Ganze so aus. Ich weiß, die Linie ist nicht gerade. Wir sind nicht ganz horizontal. Das könnten wir jetzt machen, indem wir hier auf Freitransformieren gehen. Und dann ist er hier so ein bisschen am Arbeiten. Und dann könnten wir jetzt sagen, okay, wir ziehen es uns in etwa so. Speichern es uns ab. Und jetzt haben wir hier oben die unschönen Ränder. Heißt also, wir müssen das Ganze auch noch einen Moment zuschneiden. Ich würde sagen, wir bleiben im Verhältnis 3 zu 2. Gehen wir so und so. Und dann müssen wir auch hier unten noch ein bisschen schneiden. Und dann sieht das Ganze so aus. Und wer mein letztes Video gesehen hat, beziehungsweise das Video von letzter Woche, bei dem ich vom Skalieren gesprochen habe. Ihr seht, ich habe das jetzt wieder mit dem Zuschneiden-Werkzeug gemacht. Denn ich denke, damit geht es a. etwas schneller. Und b. denke ich tatsächlich mittlerweile, dass es wohl ein Anzeigefehler sein wird. Denn wenn man mal ein bisschen darüber nachdenkt, ist es doch eigentlich auch logisch, dass ein Bild, wo man reinzoomt, dass das am Ende nicht dieselbe Pixelzahl haben kann, wie das, was man als Ausgangsmaterial hatte. Nur nochmal kurz zu dem Video von letzter Woche. Jetzt sind wir definitiv fertig. Ich hoffe, dir hat das Video wieder gefallen und du konntest einige nützliche Tipps und Tricks für dich mitnehmen. Wenn dem so ist, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben dalassen würdest. Ich zeige dir jetzt nochmal ganz kurz das Bild in der Ausgangsposition. So haben wir angefangen. Und das haben wir daraus gemacht. Ich finde, das Bild sieht richtig gut aus. Auch wenn es hier oben ein bisschen ausgebrannt ist. Aber damit kann man eigentlich leben. Wenn du jetzt sagst, dass du dir dieses Programm auch gerne zulegen möchtest und hast das Programm noch nicht, dann schau mal unten in die Videobeschreibung. Dort habe ich einen Link hinterlegt, über den du das Programm beziehen kannst. Wenn das das erste Video ist, was du dir von mir anschaust, dann vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Infoglocke zu aktivieren. Dann bekommst du immer eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Ich sage jetzt Dankeschön fürs Zuschauen. Hoffe, du guckst auch mal bei meinen anderen Videos vorbei. Wünsche dir einen schönen Tag, einen schönen Abend oder einen guten Morgen und freue mich, dich im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Ciao!